Es sind grundsätzlich so Einstellungen, wie die Landwirtschaft in der Zukunft ausschauen wird. Der Erfolg von der Direktvermarktung liegt ja in der Nähe, dass ich gerne mit Menschen rede. Ich glaube, dass es kein Bauern nicht gibt, der bei Gaudi einfach Flächen hergibt, nicht weil es ein Mustig ist. Wir wollen als Rohstoffproduzenten, als reine Rohstoffproduzenten, Wertschätzung. Ist das jetzt nachhaltiger, wenn ich mich vegan ernähre, wenn ich die Mandeln aus Fossilien da umbringen muss? Eine ganz wichtige Botschaft für alle Hofübernehmer, auch den Mut zu haben, da mal reinzudenken. Ich brauche auch einen Beruf, wo ich nachher meine Kinder eine Zukunft bieten kann. Ich werde mit 30 hier jetzt in der Zukunft auch noch leben können. Herzlich Willkommen zum Podcast. Wer nichts weiß, muss alles essen, von Landschaft leben. Und ich darf ihn heute wieder recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. und darf heute einen Jungbauern bei mir begrüßen, in Kevin Freudenthaler. Ich habe ihn Kevin spannenderweise kennengelernt bei einer Veranstaltung in Windhag bei Freistaat und habe dort einen Vortrag gehalten zum Thema, wer nichts weiß, muss alles essen, Regionalität, Saisonalität. Und in der Diskussion anschließend von meinem Vortrag steht da plötzlich so ein junger Mensch auf, ein junger Bauer, meldet sich zu Wort und hat so gut erzählt und so coole Meldungen von sich gegeben, dass ich mir gedacht habe, den möchte ich mir beim Podcast haben. Und ich freue mich sehr, Kevin, dass du heute da zu mir nach Schlamminkämer bist, zu unserem Podcast und bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Ja, grüß dich auch. Danke für die Einladung und ich freue mich auch schon sehr. Kevin, es ist ja heute wahrscheinlich wirklich Premiere für dich beim Podcast zum Sitzen. Ich hoffe, du bist nicht allzu nervös. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Das wird sich aber gleich legen, wirst du zeigen. Ich habe mir gedacht, das wäre sicherlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für mich total interessant, einmal auch zum Herrn, vor allem vielleicht Menschen aus dem urbanen Bereich, wie denkt ein junger, sage ich einmal, Hofübernehmer. Der Kevin steht kurz bevor, sozusagen mit seiner Freundin den Hof zu übernehmen. Du wirst uns das alles ein bisschen erzählen. Ich bin auch sehr neugierig, vor allem wie es dir geht, wie du die Zukunft siehst. Die Herausforderungen für so einen jungen Menschen, wo du die größten Probleme siehst, die größten Chancen siehst. Also das wird heute eine richtig coole Geschichte und ich denke mir, da werden sich viel was mitnehmen. Zum einen, die was neugierig sind auf die Landwirtschaft, neugierig auf unsere Jungen. Du bist unsere Zukunft, Kevin. Das kann man so sagen. Und auf der anderen Seite auch Berufskollegen, die vielleicht genau in der gleichen Situation sind wie du. Denke ich mir, das wird sicher sehr interessant. Kevin, starten wir los. Erzähl ein bisschen was. Wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her, dass wir ein bisschen die kennenlernen als Person? Ja, also ich komme aus dem Mühviertel, aus der Freistaat. In Schlappmann ist es schön, aber bei uns ist es fast nicht mehr ein I-Tipferl schöner. Und Landwirtschaft hat eigentlich mein ganzes Leben ein bisschen verfolgt. Es kommen immer wieder Erlebnisse für. Früher bin ich im Sechseh in der Früh aufgestanden, habe dem Papa im Stall geholfen, bevor ich in die Schule gegangen bin dann. Und das hat dann ganz als Kindesalter schon angefangen. Ich bin früh am Traktor aufgesessen, am Traktor, bin ein paar Ackern mitgefahren und eingeschlafen. Und ja, ich habe voll schön Hauptschul gemacht und dann habe ich mich entschieden, aufgrund eigentlich von der Mama. Der Papa, der wollte immer sagen, nein, Kevin, bleib daheim, machen wir den Betrieb gemeinsam. Und die Mama, die hat mir sehr ins Gewissen gerettet und hat gesagt, nein, Bildung ist wichtig heutzutage. Und schau, dass du eine höhere Schule machst, Matura. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich die Heilefest St. Florian mache. Also die höhere Land- und forstwirtschaftliche Schule in St. Florian. Und ja, da hat so mein Weg als Jungbauer, will ich jetzt einmal sagen, dann begonnen. Ich habe dort eine sehr umfangreiche Ausbildung dann, eher, sage ich einmal, im theoretischen Bereich. Also Praxis haben wir dort nicht so gehabt. Aber ja, auch viel Projektmanagement dann. Und so hat das Ganze gestartet. Ich habe dann dort in der zweiten Klasse, also in der ersten Klasse habe ich meinen Schulkolleg kennengelernt, aber in der zweiten haben wir dann halt mehr oder weniger den Freigegenstand Bienenkunde wiederbelebt. Und seitdem bin ich Imker. Wow. Cool. Genau, wir haben also zu zweit quasi mein Schulkolleg, das war schon Imker. Und er hat mich da irgendwie so gefangen und gefesselt mit dieser ganzen Thematik. Und dann habe ich ihm einfach einmal so eine Anzeige aufgegeben, suche Binnenvolk. Und schon hat sich ein Vereinskollege quasi jetzt gemeldet, ja nein, Binnenvolk hinter unser Haus gestellt. Weil am Anfang, seine Mama hat gesagt, nein, Noten sind wichtiger. Und ja, dann hat der Obmann von unserem Verein in Rheinbach, in Freistaat, hat dann gesagt, nein, ich stelle dir einfach eins her und ich arbeite da das durch. Und wenn du Zeit hast, dann schaust du mit und wenn nicht, dann mache ich es wieder alleine. Ja, und das Jahr darauf hat das Volk dann schon mir gehört. Und seitdem habe ich so ungefähr immer ein bisschen zwischen fünf und zehn Völker, jetzt habe ich zehn Völker jetzt wieder ausgewintert. Und ja, und bis dass ich dann nach der Schule, Bundesheer, bla bla bla, dann habe ich nachher beim Böttinger zum Arbeiten angefangen. Also das ist auch wieder Thema Landwirtschaft quasi ganz präsent. Also die Landtechnikfirma Böttinger, ja. Genau, das ist eine Landtechnikfirma. Und ja, und mit meinem Papa und Mama bin ich immer ein bisschen am strugglen gewesen. sind die Einstellungen aufgrund von der Schule nachher sehr, sage ich einmal, nicht gleich worden, sondern eher immer verschiedener worden. Vielleicht einmal ganz kurz zur Landwirtschaft. Wenn du in Freistaat oben bist, was habt ihr da? Habt ihr das Milchkier, Ackerbau oder wie schaut die Landwirtschaft aus bei euch? Wie schaut so ein Hof aus? Genau, wir haben Milchkier, haben sich spezialisiert. 2011 haben wir dann einen Stall gebaut, machen mittlerweile 30 Kier. Und ja, die weibliche Nachzucht haben wir auch selber am Hof dann. Also je nachdem, wie sie sich platztechnisch dann ausgeht. Aber die Stierkaiwahl, die verkaufen wir dann immer gleich. Früher haben wir auch Stiermessen da, da haben wir 15 Kier gehabt, haben Stiermessen da. Und haben auch Ackerbau, also haben immer an Rocken und so, also Getreide quasi verkauft, vermarktet. Das geht sich mittlerweile nicht mehr aus, weil wir haben jetzt in 2011 einen größeren Stall gebaut und haben sich auf das Milchvieh-Thema spezialisiert und liefern jetzt Milch. Genau, okay. So, du erzählst gerade, quasi die Meinungen sind differenzierter worden zwischen Mama und Papa und dir. Habe ich bei mir am Hof auch erlebt, wie ich übernommen habe. Also nach der Schule halt, zuerst ist einmal alles, was Mutti, Vati sagen, natürlich die Welt. Und nachher fängt man aber selber zum Nachdenken an, was war eigentlich gescheit. Wie ist es sich da gegangen nachher? Sind da schon Konflikte entstanden oder wie? Also wir haben, wie wir einen Stall gebaut haben, da haben wir sie eigentlich gemeinsam unterstützt. Und ich habe im Papa gesagt, so musst du bauen und so und das müssen wir rein tun. Und da haben wir sie eigentlich ergänzt. Aber das sind grundsätzlich so Einstellungen, wie die Landwirtschaft in der Zukunft ausschauen wird. Und um dieses Thema ist es eigentlich gegangen. Weil Mama und Papa sind nicht einmal ein Jahr auf Urlaub gefahren. Und wenn man jetzt mit anderen Schulkollegen redet, dann merkt man das, dass das einfach zum Leben ein bisschen dazugehört. Und da sieht man sich dann ein bisschen laden. Auf der anderen Seite kann man es sich vielleicht aber nicht so leisten. Man braucht dann wieder ein wenig für die Arbeit daheim. Und so sind eben die Einstellungen. Dann diskutiert man immer viel mit, wie wird die Zukunft der Landwirtschaft ausschauen? Wird man mit 30 Kür jetzt in der Zukunft auch noch leben können? Also meine Generation, dass man den Betrieb mit 30 Kür auch noch ein Einkommen verdient. Oder dass man sich zumindest das tägliche Leben auch leisten kann. Und Papa macht sich eher weniger, oder haben sich eher weniger Gedanken gemacht, wie das in der Zukunft ausschauen wird. Und das ist auch okay. Das muss man ja akzeptieren. Und ich selber mache mir jetzt Gedanken nachher dann. Oder habe mir auch viele Gedanken gemacht. Und ja, da können wir mal irgendwie schlecht auf einen gemeinsamen Nennern. Wie alt bist du, Hürzer, Kevin? Wenn ich dir fragen darf. Ich bin 29 Jahre alt. Du bist 29. Genau. Und so nach der Schule, du hast nach ein paar Böttingen angefangen. Bist du noch dort, oder wie schaut jetzt aktuell dein Leben aus? Genau, also ich arbeite beim Böttingen noch nach wie vor. Und mein Papa hat noch ein bisschen... Als Mechaniker, oder was tust du dort? Nein, ich bin im Sozialvertrieb zuständig auch für den österreichischen Markt und auch für den Überseemarkt. Ich bin aufgrund von Beruf quasi schon ein paar Mal in Australien gewesen. Und da auch meine Erfahrungen gesammelt dann. Und ja, also der Papa hat noch ein paar Jahre, ein paar Jahre ungefähr auf Pension. Weiß man ja nicht genau, aber ungefähr. Und in dem Zeitraum werde ich gemeinsam mit meiner Freundin dann auch den Betrieb übernehmen, wie es jetzt ausschaut. Und also jetzt ist das Thema wieder brisant. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Betrieb vielleicht irgendwie gemeinsam mit dem Papa ein bisschen so umbauen, dass wir ihn, oder mit Papa und Mama, dass wir ihn so umbauen, dass wir ihn auch übernehmen können und Einkommen quasi schaffen. Und was sicher eine Herausforderung wird. Aber wir stehen gemeinsam mit meiner Freundin, habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir den Schritt wagen werden. Ja, du bist eine totaler charismatische Persönlichkeit, aber ich frage dich trotzdem. Ich höre voll oft von jungen Bauern, dass es extrem schwierig ist, eine Frau, eine Freundin zu finden. Also eine Freundin noch eher, aber die, was dann wirklich mit will am Hof, die, was das Leben auch will, darf ich dich so direkt fragen, wie ist dir da gegangen, wenn du immer attraktiv bist, sympathisch bist. Oder wie erlebst du das in deinem Freundeskreis? Ist das wirklich so, dass junge Bauern Schwarer eine Freundin kriegen oder hat es das gar nie festgestellt? Du hast ja heute deine Freundin mit. Die hat sich, glaube ich, auch extra gefreigenommen, dass der Herr von Kind auf Schlappen verliebt von ihr. Aber wie erlebst du das? Ist das wirklich oder ist das eher ein bisschen so ein Märchen, dass man sich als Bauern Schwarer tut, wenn sie ihn finden? Ja, ich kenne persönlich auch von der Schule sehr viele Mädels, die so einen Betrieb haben. Und da haben eigentlich die ganzen Schulkollegen eine fremde Null leichter gefunden. Also das kann ich jetzt selber nicht. Natürlich, wenn man bei Nachbarn schaut und teilweise kommen die Leute dann weit weg und sind verlassen im Betrieb. Und ja, oder die Betriebsstrukturen sind eh so klar, dass nachher die Söhne oder die Töchter quasi von Haus aus schon weggehen und den Betrieb quasi alleine lassen. Also du hast mir ein Problem. Und ich würde, ich würde, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch selber die Entscheidung getroffen. Aufgrund von diesem immer breiter werdenden Keil zwischen meinen Eltern und mir habe ich eigentlich auch schon mal die Entscheidung getroffen. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Und habe aber dann eben meine Freundin Lisa jetzt kennengelernt und sie ist maßgeblich daran beteiligt, um nicht schuld zu sagen, dass wir jetzt den Betrieb quasi wieder übernehmen. Ich habe meine Entscheidung quasi wieder neu entschieden, weil sie hat auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Also ihre Großeltern haben auch einen Betrieb und Onkel und Tanten etc. Und das hat mich jetzt eigentlich dazu bewegt, wieder zurück zur Landwirtschaft zu kommen und den Betrieb auch wieder in die Zukunft zu führen. Weil ich glaube, so ein Potenzial darf man einfach nicht weglassen. Und meine Freundin hat viel die Freiheit und grundsätzlich ich auch. Und wir werden gemeinsam irgendwie einen Weg finden und finden müssen, dass wir den Betrieb in Zukunft führen. Okay. Das heißt, du warst schon mal so weit, dass du gesagt hast, danke, ich gehe arbeiten, habe meinen Job, dazu was immer, was willst du mit dem Hof. Weiß nicht. Hast du Geschwister? Ich habe zwei Schwestern, ja. Und ja, aber ich habe tatsächlich die Entscheidung, ich habe das meinem Papa und meiner Mama gesagt, ich glaube, das wird nichts. Das war vor vier Jahren, habe dann, bin einmal eine Zeit lang gar nicht zu Papa und Mama heimgekommen. Und ja, und vor drei Jahren habe ich Lise kennengelernt, dann ist es wieder mehr geworden. Ja, voll schön. Also das heißt, deine Freundin hat dich dazu bewogen, das sagt es, starten wir da gemeinsam durch. Und hast du auch ihr jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen einen anderen Blick auf die Landwirtschaft gekriegt? Ja, auf jeden Fall. Also die Sicht auf den Betrieb als solches. Und ja, nicht nur die Lise, auch mit einem Teil und auch bei einem anderen Teil auch jetzt zum Beispiel ein Podcast von dir oder deine Vorträge, wo ich sage, wir haben ja in Windhock da gehört, dass du den Betrieb seit 1241 oder so, 1204, ja, 1204, ja, dass der so eine lange Geschichte hat. Und unser Hof hat auch eine Geschichte. Und es ist auf der einen Seite schon schade, dass man halt das dann nicht weiterführt. Und meine Schwestern wollen das eher nicht machen. Und ja, dann muss man halt wieder neu entscheiden. Ja, wie ist es jetzt ja da daheim dann gegangen mit Mama und Papa? Wie geht es denen hier zu Hause? Haben sie auch Freude, dass jetzt der Bub sagt, oder ich weiß auch genauso, wann es die Tochter war, aber generell, das wäre so für die Kinder, ich tue weiter. Wie hast du das gemerkt? Oder haben sie was gesagt zu dir? Ja, also wie gehen Sie jetzt mit denen kommen? Also Einstellungen sind nicht so leicht zum Adaptieren, glaube ich. Aber das ist generell so, sind wir halt mehr Menschen. Aber meine Mama, die unterstützt mich in allem, was wir machen. Meine Freundin, so wie auch mich, quasi für den Betrieb haben wir jetzt eine Direktvermarktung irgendwie, wir haben einiges an Gemüse, also ein kleines Gemüsefelder angelegt und eingekocht und so weiter. Und also da kriegen wir Unterstützung. Und der Papa, der Papa hat den Betrieb eben auch von seinem Papa übernommen. Und ja, der ist ein Vollblutbauer und werkt den ganzen Tag vor in der Früh bis auf die Nacht. Und auch, wenn er nicht so viel rausschaut, aber er macht das einfach mit Leib und See. Und das kennt man natürlich auch, dass er Freude hat, wenn er weiß, jetzt gibt es wieder einen Weg, da geht es wieder weiter. Ja, schön, schön. Wie ist das jetzt? Wie geht es in Kürze? Was sind denn keine Überlegungen? Du sagst, du möchtest den Betrieb auch gut in die Zukunft bringen. Wo stehst du da gerade vor den Überlegungen? Du hast es gleich weiter wie der Papa, die 30 Milchkirche? Oder was hast du für ein Weltbild momentan? Also ich würde super gerne was mit Direktvermarktung machen. Oder ich muss sagen, wir, Lisa und ich, würden gerne was mit Direktvermarktung machen. Weil man immer zunehmend, ich würde da gerne so ein kleines Beispiel nehmen. Weil wir haben nämlich ein kleines Problem. Wir haben unseren Betrieb, der umfasst ungefähr 40 Hektar. Und wir werden ungefähr 6 Hektar verlieren mit dem heurigen Jahr. Also das ist eigentlich ein guter Teil an landwirtschaftlichen Flächen, die wir nicht mehr zur Verfügung haben, wo wir vor der für unsere Kür bereitstellen können, etc. Also die Flächen, die wären quasi nicht mehr, sondern eher weniger. Das ist durch die ganze Situation... Warum verlierst du 6 Hektar? Ja, das sind... Bei uns im Freistaat wird eine Schnellstraße gebaut, weil der Verkehr auf der Bundesstraße sehr viel mehr geworden ist. Und mit dem ganzen LQW-Verkehr, die Nord-Süd-Verbindung zwischen Tschechien und bis nach Linz mehr oder weniger. Und dadurch sind wir halt einerseits direkt betroffen und quasi direkt Flächen, wo ein Tunnel quasi da rauskommt und die Fläche dann später halt einfach gestrossen ist. Wolltest du das, dass das auf deiner Fläche passiert? Das wollte ich eigentlich nicht. Und wir haben alles dafür dauernd. Wir haben 1800 Seiten durchgelesen und versucht, dass wir da mit den Firmen irgendwie das nicht auf unsere Gründe machen. Aber wenn die Entscheidung einmal so gemacht worden ist mit den ganzen Verfahren, was da im Hintergrund laufen, und die Sachverständigen etc. das Argumentieren und Distanz, das können sie auch, dann pick die Entscheidung und dann kannst du nichts tun dagegen. Das heißt, die ASFINAG hat auf euch einen Grund- und Boden-Schnellstraße geplant? Genau. Nicht nur auf unseren Grund, sondern auf zig andere Hektar. Und weil es gerade von der ASFINAG gerät, die haben natürlich dann auch ein Netzwerk und haben mit diversen Verpächtern, wo wir auch Flächen gepachtet haben. Und die haben sie dann quasi abgekauft und die Pachtflächen verlieren wir jetzt auch. Es gibt dann auch wieder Flächen zur Regeneration. Muss man natürlich auch irgendwas ausgleichen. Wenn jetzt der Wald abgeholt werden muss aufgrund von der Straße, dann muss er anderswo wieder angepflanzt werden. Da braucht die ASFINAG quasi sogenannte Ausgleichsflächen. Und die werden dann auch wieder insgesamt zusammentauscht. Und da schaut er, dass der ASFINAG so viele wie möglich Flächen kaufen kann oder kriegt, dass das ganze Projekt dann auch positiv durchführbar ist. Gesetzlich. Weil die Ausgleichsflächen sind gesetzlich vorgeschrieben, sagt der Gesetzgeber so. Und an dem muss sich auch der ASFINAG halten. Das heißt, das Thema Bodenversiegelung erlebst du live. Nämlich ist das jetzt ein schlechter Boden, was du da verlierst? Oder was hat der für einen Wert für dich? Ja, das ist kein schlechter Boden. Das ist eigentlich unser größtes Feld, unser schönstes Feld. Auch mit dem besten Boden und dem, was nahe hat, also sehr nahe zum Betrieb ist. Aber da können wir nichts machen dagegen. Und nebenbei, also die Flächenversiegelung, wie du das ansprichst, erlebe ich nicht nur aufgrund von der Straße tatsächlich, sondern auch das Betriebsbaugebiet. Wir haben umweit ungefähr eine Luftlinie, 600 Meter vom Betriebsstandort weg, haben wir auch noch ein Betriebsbaugebiet gekriegt. Und ja, da sind auch dementsprechend viele Flächen versiegelt worden. Man hört ja oft in der Stadt, ja, die Bauern sind ja die, die, was dann die Flächen hergeben, für Bauland etc. Du, habe ich jetzt das Gefühl, so wie du das jetzt erzählst, hast du nicht die größte Freiheit, dass du das hergeben musst? Nicht unbedingt. Und jetzt komme ich auf das Erlebnis zurück, was ich auch erst ansprechen wollte. Ich habe nämlich da mal mit meinem Chef geredet und der hat dazu gesagt, ja, die Bauern, auf der einen Seite muss man sich auch verstehen, die kriegen ja einen Haufen Geld für die Flächen, wenn sie die verkaufen. Und, also, muss man ja auch sagen, okay, wenn sie ja einen Haufen Geld kriegen dafür, und dann, warum verkaufen sie das denn überhaupt? Und ich muss auch ehrlich sagen, da habe ich dann einmal geschluckt, weil ich sage, eigentlich will ich die Flächen gar nicht verkaufen. Weil, wenn ich jetzt sage, ich habe 40 Hektar, das ist jetzt für 30 Kühe bei unserer Bodenfruchtbarkeit nicht allzu viel. Und, ja, dann, ich muss ja irgendwie meine Kühe nachher fuhren. Und, wenn ich jetzt da 5 Hektar verkaufe und dort 2 Hektar und da vielleicht nur irgendein Bauland umgewidmet wird, dass vielleicht noch wer ein Haus aufstellen muss, oder möchte, dann habe ich vor allem nicht nur 20 Hektar. Dann kann ich auch nicht der Teuf die Viecher einstellen. Und, der Stall ist aber da, da muss ich, ich habe ja auch Kosten nachher, die, was ich zum Tragen habe, vom Stall. Denn, der ist, der rentt ja auch, das haben wir auch nicht selber finanziert. Das ist ja auch auf Schulden aufgebaut. Und, du musst die Schulden auch irgendwie zurückzahlen. Und, wenn du weniger Viecher hast, hast du weniger Einnahmen. Und, ja, also, insgesamt, das ist ja sehr, also, ich glaube, dass es keinen Bauern nicht gibt, der so bei Gaudi einfach Flächen hergibt, nicht, weil es einem lustig ist. Ja, ist gut, dass du das sagst, weil, ich glaube, da hört man gerade viel, ich kenne ja gerade die andere Situation, jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch ist, auch mit den ganzen Photovoltaikanlagen, alternative Energiequellen. Wir erleben gerade in Krieg, sozusagen, in der Ukraine, wir erleben, wie wertvoll Energie wird. Jetzt sagt man, ja, wir müssen Photovoltaikanlagen bauen. Und, ich sehe es aber nicht, das muss ich ganz klar sagen, dass wir schönste Flächen, grüne Wiese hernehmen, besten Ackerboden, dass wir da Photovoltaikanlagen oben bauen, sondern, das gehört von mir aus, jedes Haustag, jede Industriehalle vollpflastert mit Photovoltaik. Ich weiß nicht, ist das auch schon ein Thema bei euch in Freistaat? Ist auch ein Thema. Wir haben einen lokalen Verein, sogar mein Nachbar von meinem Elternhaus, der macht solche Photovoltaikanlagen, der hat vor, das ist sicher schon 10 oder 15 Jahren her, wo er schon einen Teil von den Flächen direkt neben sein Haus da mit Photovoltaikanlagen zugepflastert hat, macht aber nicht nur solche Anlagen, sondern auch andere, der hat sogar noch eine Wende mit Photovoltaikanlagen eben verbaut und Dächer ebenso. Also grundsätzlich finde ich das auch eine gute Idee. Man sieht eh, die Energiekrise, die ist präsenter denn je, weil wenn wir vom Gas irgendwie aussteigen wollen, aufgrund von diesem Kriegsgeschehen jetzt, was auf Dauer wahrscheinlich auch kommen wird, da müssen wir unsere Energie irgendwie herkriegen. Und da ist Photovoltaik eine sehr gute Alternative, meiner Meinung nach. Nur, wenn man das jetzt auf die grüne Wiese macht, bin ich selber davon, aber jetzt auch wieder nicht so ein Fan davon. Es gibt zwar eine Alternative, dass man da noch Viecher unten rein, dass man auch das bewirtschaften kann, aber du hast trotzdem das weniger Licht, was am Boden kommt, dann wächst das Gras einfach weniger und irgendwie können wir noch keine Landwirtschaft mehr machen auf diesen Flächen. Das kommt nur dazu. Und wenn sich Bauern jetzt entscheiden, aufgrund von Weißscher Flächen verlieren, weil aufgrund von Straßen, Wohnbau, Betriebsbaugebieten, Bochtraten, also Bochtflächen extrem teuer werden, dann steht sich das für den Bauern auch nicht mehr dafür, dass er jetzt da weiter tut. Dann entscheidet er sich vielleicht, okay, die Fläche, die ich habe, wenn ich jetzt nur noch, was nicht, 15 Hektar oder so übrig habe, dann sage ich so, ja, macht so nach Photovoltaik an der Gaffe. Das ist ein guter Nebenverdienst, die geht arbeiten, aber das hat mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun. So wird das Bauernsterben wahrscheinlich noch schneller vorangetrieben. Wie stehst du zu den Themen? Hier steht ja die nächste GAP-Periode, also die gemeinsame Agrarpolitik, bevor man hat sich EU-weit darauf geeinigt, die Umwelt soll ein bisschen grüner werden, die Landwirtschaft soll man es eigentlich sagen, nachhaltiger. Es geht um Biodiversitätsflächen, man redet von Blühflächen, wo eben auch wieder Bienen, Käfer sozusagen die Möglichkeit haben zu leben. Denn erzähle ich da in Österreich ja ganz viele Bauern, die sagen, für was brauchen wir die Käfer? Und gut, wenn die Insekten nicht sind, dann gibt es andere, die sagen, nein, die brauchen wir ja zum Bestolben. Und das gehört einfach dazu. Wie denkt heute so ein junger Bauer wie du über diese Themen? Also ich muss sagen, meine Imkerkarriere, die hat 2007 begonnen. Und wenn ich da auf diesen Zeitraum jetzt zurückblicke, ist die Landwirtschaft als solches auch im Grünlandbereich sehr, sehr intensiv geworden. Und dadurch ist auch zum Beispiel der Honigertrag für andere geworden. Also das hat sich ganz, ganz massiv geändert. Früher, wie ich 2007 angefangen habe, da habe ich mal ein Jahr dabei gehabt, da habe ich 45 Kilo Honig von einem Volk rausgeschleidert. Das habe ich schon lange nicht mehr zusammengebracht. Weil einfach, wenn du, früher haben wir dreimal geschnitten, keine Kunstdünger. Also drei Mähdurchgänge sozusagen? Genau, dreimal das Grünland quasi abgemäht und einmal zum Heigen, einmal zum Silieren und das dritte Mähn einmal zum Silieren vielleicht. Und früher haben wir auch Grosfuhr dann getan. Und jetzt machen wir vier bis fünf Mal und kaufen eben einen Kunstdünger auch zu, weil sonst geht das auch nicht. Also so ist die Landwirtschaft auch intensiver geworden. Wenn man sich intensiviert auf dieses, also spezialisiert auf dieses, auf Milchvieh, muss man das Grundfutter auch selber produzieren, weil sonst bist du ja nicht wirtschaftlich unterwegs. Und dadurch hat sich jetzt auch, sage ich mal, der Insektenbestand auf der Wiesn natürlich geändert. Und das ist natürlich, hat jetzt auf der einen Seite, also die Bienen haben auf der einen Seite, das ist wie ein Indikator. Und weil, wenn die Bienen quasi weniger werden, dann werden auch die ganzen anderen Käferl etc. oder sind schon weniger geworden zuvor. Und also das hat sich massiv geändert. Und grundsätzlich halte ich auch viel von solchen Blühflächen. Das Problem ein bisschen ist auch, dass diese Regelungen, was da der einzelne Landwirt aufs Auge gedrückt kriegt, sage ich mal, auch wieder weniger Sinn macht. Weil wo machen wir solche Blühflächen? Die machen Flächen, die überhaupt nicht produktiv sind. Da bauen wir vielleicht, es gibt Bauern, die bauen einmal was an und dann lassen sie es zehn Jahre gleich. Dass dort nicht irgendwas blüht wie eine Bienen, ist logisch. Das ist einfach eine unwirtschaftliche, das ist eine brache Fläche. Also da wächst nichts, mehr oder weniger. Naja gut, aber ich glaube, im Sinne des Erfinders wäre ja das nicht so. Die Blühfläche sollte ja eine Blühfläche sein. Jetzt im Grünland tun wir uns da trotzdem, glaube ich, noch relativ leicht. Im Ackerbau wird es schwieriger, aber ich denke schon, dass die Gesellschaft, oder wie siehst du eigentlich die gesellschaftlichen Erwartungen? Du gehst zu Böttinger arbeiten, du wirst mit Berufskollegen ja reden, deine Freundin wird seinen Freundeskreis haben. Wo glaubst du, wo geht die Landwirtschaft hin oder wo muss sie hingehen? Was erwarten, wenn du mit Freund redest, mit Kollegen redest, was erwarten sie dich von der Landwirtschaft? Oder haben die Erwartungen? Ja, das ist auch, also Erwartungen an der Landwirtschaft kann ich also so direkt nicht sagen. Aber man sieht ganz klar, und auch in meinem Freundeskreis, sind viele Veganer unterwegs. Also die stellen einfach die Ernährung um, weil sie sich mit dem ganzen Geschehen in der Landwirtschaft mit, was man an Videos sieht, was in der Tierhaltung teilweise passiert, muss jetzt nicht zwingend bei uns draußen am Land sein. Also gerade im Rinderbereich, glaube ich, ist das eh nicht so tragisch. Aber wenn man jetzt das beleuchtet wird, vielleicht zu einem Händelbetrieb. Meine zwei Nachbarn, die haben einen Händelbetrieb. Ich habe selber auch einen Händel gefangen. Ich weiß nicht, ob ein Konsument, der das einmal gesehen hat, ob der zwingend nur ein Händelfleisch essen will, muss ich ehrlich sagen. Und mir hat das auch zu denken gegeben und habe dadurch nachher, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen mit meiner Freundin, also eigentlich vor fünf Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, weil da habe ich auch einen besten Spessel, da zum Beispiel als besten Spessel und nach wie vor einen guten Freund, der hat sich da eine Zeit lang vegan ernährt. Und ich habe gesagt, passt, da mache ich mit, ich möchte ausprobieren. Und dann habe ich dort im März 2017, glaube ich, war das, habe mich einen Monat vegan ernährt. Und dann merkt man natürlich auch, was da an Produkte angeboten wird im Handel dazu. Da haben wir verschiedene Produkte. Also da war das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Und wir haben heuer, oder umgekehrt, also ich fange nach den letzten Jahren. Letzten Jahr habe ich gemeinsam mit meiner Freundin entschieden, wir essen ausschließlich Produkte aus Österreich. Bis auf ein paar Ausnahmen, wie Bananen aufs Kaffee, Schokolade und so, haben wir ein paar Ausnahmen definiert, aber abseits von diesen fünf Ausnahmen haben wir sie ausschließlich für österreichische Produkte ernährt. Kommt ursprünglich auch aus der Idee von einem Ex-Arbeitskollegen, der jetzt einen coolen Laden in Landsfelden gemacht hat. Die haben nämlich das ein Jahr zuvor wieder gemacht. Auf jeden Fall haben wir das auch probiert. Und da lernt man einfach das Konsumverhalten von einem selber dann auch wieder besser einschätzen. Du gehst dann nicht einfach einkaufen und rammst deine Einkaufswagerl voll, sondern du schaust eben viel bewusster und schaust, was du eigentlich isst. Und wir produzieren in Österreich, glaube ich, sehr hohe Qualität an Lebensmitteln und vergleichen sie aber am Markt immer mit Großen. Aus Deutschland, aus Holland. Das holländische Bio ist ganz was anderes wie das österreichische Bio zum Beispiel. In meiner Schulzeit war ich auf Praktikum in Holland. Da habe ich das nachher mitgekriegt. Du kannst ganz normal einen konventionellen Mista auf deine Flächen ausbringen und es ist trotzdem Bio, Biomilch. Und so sind die unterschiedlichen Produktionsbedingungen anders. Was aber der Konsument ist, den weiß ich ja gar nicht was. Und nichtsdestotrotz haben wir sie letztes Jahr quasi hauptsächlich oder ausschließlich aus österreichischen Produkten quasi ernährt. War das schwierig? War das eine Herausforderung? Nein, eigentlich gar nicht. Man muss natürlich, ich habe früher sehr, sehr gern zum Beispiel Ananas gegessen. Also ich habe mindestens alle zwei Wochen Ananas gekauft und die gegessen. Ich mag einfach so süß und saftig. Auf das habe ich nachher verzichtet. Und so ist mir auch nicht einmal abgegangen. Weil wir haben in Österreich so viele verschiedene Produkte, die was genauso gut sind. Und kann ich an jedem empfehlen, einfach das einmal zu probieren. Muss vielleicht nicht ein ganzes Jahr sein. Genügt das schon im Monat auch. Und heuer im März habt ihr dann gesagt, so habe ich das jetzt vernommen, lebt ihr einen Monat vegan? Genau. Heuer im März habe ich meine Freundin dazu gebracht, dass wir sich gemeinsam vegan ernähren. Sie hat das nämlich noch nie gemacht. Dann hat mir gedacht, ich mache jedes Monat jetzt im 2022 setze ich mir irgendeine Züge. Und habe mir für den März diese vegane Ernährungsweise quasi am Programm gestanden. Und wir versuchen nach wie vor noch, dass wir Sachen hauptsächlich aus Österreich kaufen. Und das ist ja so ein bisschen eine schwierigere Kombination, würde ich sagen. Also Österreich und vegan? Österreich, also vegane Lebensmittel aus Österreich. Weil ich glaube, also die Erfahrung von dem letzten Monat war die, dass man da eine sehr einseitige Ernährung hat. Und als Veganer zum Beispiel, da greifst du auf eine Hafermilch zurück. Oder du hast ja keine Kuhmilch, ist ja nicht vegan. Du greifst nachher auf eine Hafermilch zurück. Irgendeine Pflanzenmilch zurück. Hafermilch, die wäre noch aus Österreich leichter möglich. Oder zum Beispiel, da greifst du ja auf eine Mandelmilch zurück. Das ist ein bisschen besser, wie es wie eine Hafermilch. Greifst du auf eine Mandelmilch zurück. Aber wo kommen die Mandeln her? Die kommen irgendwo mit dem Schief aus Brasilien her wahrscheinlich. Dann ist auch wieder, ist das jetzt noch heutiger, wenn ich mich vegan ernähre, wenn ich die Mandeln aus Brasilien da umbringen muss und vielleicht sogar noch die fertige Milch? Das ist die Frage. Ich persönlich denke so, ist es gescheiter, ich ernähre mich aus österreichischen Lebensmitteln und nicht vegan, sondern auch, weil eine Kuh, wenn die jetzt bei uns ein Gras frisst, das wird ein Veganer nicht essen. Da können wir diskutieren, aber das wird nicht passieren. Und das Grasste wächst nicht einmal in Österreich. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir mahnen die Flächen nicht mehr, dann schaut es lieber aus in Österreich. Wir haben ja auch, das ist ja auch ein Traktar zum Landschaftsbild, einen wesentlichen, wesentlichen Beitrag. Dann schaut es erstens einmal lieber aus, wenn wir draußen beim Garten rausschauen oder beim Haus oder beim Büro. Und auf der anderen Seite glaube ich ganz, ganz stark, dass das viel nachhaltiger ist, dass man Kuhmilch trinkt, die das Gras verwertet hat, im Vergleich zu dem, wo ich nachher Mandeln billig per se transporte, um irgendwo, aus irgendwo herbeziehen muss. Hast du einen Sojadrink auch zu dir genommen? Vielleicht aus österreichisches Sojabonnen? Hast du sowas auch probiert? Ja, Sojamilch habe ich auch probiert. Soja hat ein bisschen einen Beigeschmack. Grundsätzlich schmeckt einfach ein bisschen, bin ich persönlich nicht so ein großer Fan davon. Wobei ich weiß, dass wir in Österreich jetzt auch den ganzen Sojadrink, was wir anbauen, oder zu 95 oder 98 Prozent, ist ja als Nahrungsmittel bestimmt. Den verfüttern wir nicht, sondern dann essen wir, essen die irgendwelche Menschen. Grundsätzlich bin ich ein Fan von der Sojaproduktion. Weil wir immer so hohe Qualität noch produzieren, die wir dann auch zu Produkten weiterverarbeiten, die nachhaltiger sind, als wie zum Beispiel, wenn wir es einer Sau oder einen Händler oder einen Rindviech verfordern würden. Brennend interessiert mich jetzt natürlich, was sagen der Mama, Papa, der Bauernbuehr sozusagen, von einem Milchviehbetrieb, 30 Kür daheim, und der ernährt sich auf einmal vegan. Da werdet ihr wahrscheinlich auch daheim geredet haben, wie waren da die Reaktionen? Ja, das ist zum Beispiel so eine Einstellung, die den Keil eben, wie ich erst beschrieben habe. Das sind solche Einstellungen, ich schaue, dass ich in die Zukunft schaue, dass man den Betrieb irgendwie entwickelt, so dass man auch weiterführen kann, dass man auch Einkommen damit erzielen kann. Wie du schon ein paar Mal erwähnt hast, ich denke, dass die Betriebe in Österreich viel zu wenig unternehmerisch denken. Das ist jetzt eine gewachsene Struktur. Also da kennen viele Landwirte auch gar nichts dafür. Weil das ist einfach, früher hat man halt einfach so gearbeitet und man ist an der Frau aufgestanden und hat bis um neun Jahr auf der Nacht gearbeitet, meinetwegen vielleicht auch noch in der Nacht ein paar Mal aufgestanden, dass man zum Keilberl schaut. Und dadurch kümmert sich ein Landwirt ja massiv um das Leben von dem Tier. Aber das unternehmerische Denken, auf das ist ein bisschen vergessen worden. Und da bin ich meiner Mama sehr, sehr dankbar, dass sie mich in die Schule geschickt hat, mehr oder weniger, weil da war sie eine Hauptvorsacherin dafür. Weil dort hat man mehr oder weniger das dann auch gesehen, dass nicht nur die Leidenschaft etc. die Landwirtschaft, es ist schon gut, wenn ich ein Hobby habe, aber ich brauche auch einen Beruf, wo ich nachher meine Kinder eine Zukunft bieten kann. Ich möchte mein Kind nachher dann auch in eine höchere Schule schicken können. Ich möchte meine Kinder vielleicht auch gemeinsam mit ihnen in den Urlaub fahren können. Ich möchte vielleicht auch sie irgendwo ein schönes Auto kaufen können oder so. Und dazu brauche ich auch Geld. Das hilft einmal nicht. Das Geld muss ich irgendwie zubekommen. Und ich kann jetzt auf der einen Seite arbeiten gehen und Geld verdienen und die Landwirtschaft als Hobby machen, so wie es viele machen. Und ich habe aber auf der anderen Seite die Idee von meinem Papa geimpft gekriegt, dass der Betrieb eigentlich ein Feuerwerbbetrieb bleiben soll. Und diese Kombi mit wenig unternehmerischem Denken und Feuerwerb, das geht nicht mehr in Zukunft. Das ist ganz wichtig, was du jetzt ansprichst. Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft für alle Hofübernehmer auch den Mut zu haben, da einmal neu zu denken. Vor allem dieses Unternehmerische reinzubringen. Ich glaube, das wird auch in den Schulen noch immer viel zu wenig gelernt, dass das ein Betrieb ist, ein Unternehmen ist. Wir wollen heute eine Friseurin, ein Geschäft aufmacht, ein Installateur. Der muss sich rein unternehmerisch sozusagen damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das müssen wir auch. Das ist einfach eins, was ich jetzt schon wirklich jahrelang predige. Dazu ist es wichtig, dass man daheim die Zollen kennt, dass man Buchhaltung macht, doppelte Buchhaltung, dass ich einen Überblick habe, wo entstehen an Kosten, wo kann ich was verändern, wo kann ich an den Stellschrauben drehen. Weil zu mir kann man so viel bauen und sagen wir mal, wie schlecht die Welt ist. Und dann höre ich halt einmal zu und dann sage ich, wo haben wir jetzt daheim das Problem. Und alles halten. Dann sage ich, das ist mir zu wenig. Wo? Also wo hast du Maschinenkosten zu hoch oder passt der Deckungsbeitrag beim Haar nicht? Oder wenn es jetzt im Ackerbau ist, bei was in der Frucht passt es nicht? Und, und, und. Da merke ich dann, dass wir das nicht sagen können. Sie kennen es nicht. Und dann kommt es darauf, dass es um ganz was anderes geht. Entweder ein Streit mit den Eltern oder keine Frau am Betrieb oder sie haben sich gerade scheiden lassen, verzweifeln, weil sie plötzlich allein am Betrieb einsam wären. Also es sind oft ganz andere Dinge, als wenn man so zerstört, was ist. Weil dann kommst du dann eigentlich drauf, naja, das Einkommen ist es ja gar nicht. Und natürlich gibt es dann auch die, die sich einfach so verschuldet haben, dass die Kreditraten nicht mehr bedienen können, die Abschreibung. Und da merke ich dann auch, aber da muss ich halt auch helfen. Weil nur zum Sagen, ja, du hast dich leider verkalkuliert, du hast vielleicht auch gar nicht drüber gerechnet, das ist dann halt auch ein harte Watschen. Da muss ich dann auch sagen, und ich glaube, wir müssen uns das auch dann trauen in der Landwirtschaft, das sage ich jetzt auch, in der Wirtschaft ist dann üblich, dass man einen Betrieb restrukturiert. Dass ich nicht nur auf die Bank gehe und sage, du, was tun wir? Sondern, dass ich mir vielleicht professionale Betriebsberater hole, die was sagen, wo ich mich aussitze. Und das brauchen wir der Landwirtschaft, glaube ich, auch für die Betriebe, was wirklich übersehen haben. dass wir uns einmal drüber trauen, die ich muss jetzt meinen Betrieb in den nächsten fünf, zehn Jahren wieder auf Schiene bringen. Und nicht nur sagen, ich lasse. Genau, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, das was ich als Herausforderung bei uns daheim nachher sehe, weil man eben da, also grundsätzlich als Unternehmen suchst du ja, du hast eine gewisse Ausgangssituation. Das ist wie beim Kartenspielen, du kriegst gewisse Spielkarten. Jetzt kannst du mit diesen Spielkarten was machen. Du kannst nicht nur sagen, ich gebe auf oder du holst das Beste raus oder du machst einfach einen lustig oder du hast verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man eine Landwirtschaft, einen landwirtschaftlichen Betrieb in Zukunft führen will, dann muss man, die Karten, die kannst du nicht verändern. Die kriegst du einfach. Und wir können aber das Beste draus machen. Jeder Betrieb hat eine unterschiedliche Ausgangssituation. Und ob das jetzt in der Familie ist, weiß ich nicht, ob die Eltern jetzt, keine Ahnung, bis 80 oder 90 Jahre einem Betrieb mithelfen oder mit 60 Jahren sagen, mich freut es nicht mehr. Das sind die Karten, die wir kriegen. Und mit dem müssen wir das Beste draus machen. Bei unserem Betrieb ist es auch so, wir haben viele Flächen eben weit weg. Und Flächen teilweise eben, das wird nicht mehr, wir verlieren teilweise viel Fläche. Mit dem Betriebsbaugebiet ist das dann nur ein Thema. Die Bachtflächen sind Schweineteier. Und auf der anderen Seite sagt eben der Papernäuer möchte die Milchkirche, die tragen ihm schon. Aber ich glaube, dass da auch eine Bereitschaft von den Landwirten dann braucht, wo man einen Betrieb, wo man abwägen muss. Entweder will man, dass man den Betrieb in Zukunft führen lassen kann. Oder man muss jetzt sagen, wenn das ein Nebenerwerbsbetrieb bleiben kann, dann ist das auch eine Möglichkeit. Aber man kann ja alles haben. Genau. Wenn ich jetzt dich anschaue, wenn ich dich wahrnehme und du hast ja Affinität, dass du sagst, ich möchte eher in Direktvermarktung gehen, dann glaube ich, für dich wird das funktionieren, weil du ein sympathischer Mensch bist. Du hast eine Sympathie, du hast eine Ausstrahlung, du magst das, mit Menschen zu reden. Das spürt man ja. Wenn ich das jetzt nicht habe, dann kann ich kein Direktvermarkter werden. Weil der Erfolg von der Direktvermarktung liegt ja in der Nähe. Dass ich gerne mit Menschen rede, dass ich mich nicht nur über das Produkt definiere, sondern auch über das Persönliche. Das sehe ich bei mir in meinem Bauernladen. Die Bauern, die was im Geschäft stehen und einfach eine Gaudi machen, mit den Leuten einen Witz dazwischen können. Da ist es dann auch plötzlich wurscht, ganz ehrlich, wie der Speck schmeckt. So arg ist das dann. Weil es geht nur noch über die Nähe. Dann gibt es die Persönlichkeit, der sagt, ich bin verliebt in ein Produkt. Ich möchte den besten Kass machen. Die beste Käferbahn. Ich weiß nicht, das beste Kernöl. Ganz egal, mein ganzes Leben investiere in das beste Produkt. Das ist wie Apple. Das sind Produktfanatiker. Apple tut einfach alles, um das beste Handy zu bauen. Das ist auch das Teuerste. Aber denen, die haben keine Kundennähe, weil wir kennen alle keinen persönlich von Apple. Sondern denen geht es einfach um das Produkt. Und dann gibt es die Persönlichkeit, der sagt, nein, ich bin einfach Rohstoffproduzent. Ein No-Name, den gibt es halt auch. Der sagt einfach, ich gehe hacken, vor der Früh bis auf die Nacht. Und der muss halt aber auch anerkennen, der kriegt keine Wertschätzung. Wir wollen als Rohstoffproduzent, als reine Rohstoffproduzenten, Wertschätzung. Und jetzt sage ich einmal, um das nochmal zu verdeutlichen, wenn ich es jetzt in die Erdölindustrie hernehme, irgendein Scheich jetzt in Saudi-Arabien, der was ein Bauerloch hat, wo sein EU rauskommt, der kriegt null Wertschätzung von uns. Da schreibt einem keiner in Deutschland, weil er bei der Shell oder bei der BP tanken ist, du lieber Scheich, Abdul weiß ich nicht was, danke, dass du uns da so viel Erdöl rausgehauen hast. Sondern der kriegt Kohle dafür, für eine unglaubliche Menge. Aber der wird nie Wertschätzung erfahren, ganz im Gegenteil. Und so muss man sich als Bauer halt auch verstehen, wenn ich nur Masse produziere, dann werde ich nie eine Wertschätzung kriegen. Ich muss halt unter dem Radar da hinfliegen und habe vielleicht sogar das Ziel, wenn ich da gut sein will, dass ich das billigste Produkt produziere. Und sage, ich bin so gut drauf, ich bin so prozessverliebt, dass ich den Liter Milch um 20 Cent herstellen kann, kann eh kein anderer und darum werde ich überbleiben. Und das ist das, was ich meine als Mensch auch. Da sehe ich dich nicht, du würdest ganz ehrlich, Kevin, du würdest eingeben, wenn du verkommen, du würdest nur noch, 24-7 produzieren, vernärmt, für nichts, wo halt der Milchwagen kommt, die der früher anholt und das war es. Und jeder sagt vielleicht, nein, was tust du da eigentlich mit deinen Viechern? Also ich glaube, dass ich dich eher sehe, so wirklich im Produktbereich und noch mehr in der Kundennähe. Und das vermischt sich natürlich immer alles, aber da bist du, wenn du das erkennst, hundertprozentig erfolgreich und du hast halt die Gedanken schon in dir. Genau, das ist das. Ich glaube, dass man als Mensch zuerst einmal Werte definieren sollte, nachdem man eigentlich leben will. Und aufgrund von dessen auch dann, das sind auch deine Spülkarten, wie es du gesagt hast. Weil ich kenne genügend Vollgasbauern und große Bauern mit tausend Sau oder noch mehr oder Milchkir und die machen das. Und auf der einen Seite denke ich mir dann immer wieder, wenn ich so einen Betrieb besuche, das will ich auch. Aber diese, also weil der Mensch grundsätzlich so denkt, dass er wachsen will und dass er was schaffen will und ja, nur auf der anderen Seite, glaube ich, muss man sich dann wieder besinnen, muss man beide Füße am Boden stellen und sagen, was sind meine Werte, nach denen ich leben will. Und uns geht das in der Gesellschaft viel ab, dass wir auf der einen Seite quasi sagen, das wollen wir und nachher was eigentlich genau als Gegenteil machen. Und deswegen versuche ich, ich habe viel Geld auch schon für Persönlichkeitsbildung ausgeben, um genau auf diese Werte drauf zu kommen. Und wie es du schon richtig vermutest, sind eben das genau, ich möchte, ich möchte ein gutes, ein hochqualitatives Produkt erstellen, was ich einem Kunden verkaufen kann oder der, was das auch wertschätzt. Weil ich glaube, dass wir in Österreich da schon gute Karten haben, weil wir sind nicht vergleichbar. Wenn ich die Strukturen in Deutschland, in der Ukraine oder Australien hernehme, da ist die Qualität einfach in Österreich ganz eine andere. Und das ist schon mal da. Wir haben ja in einem Podcast die ehemalige ukrainische Landwirtschaftsministerin bei uns gehabt und ich kann mich auch erinnern im Vorgespräch, hat sie gesagt, naja, so bei uns halt die kleinen Bauern mit 3.000, 5.000 Hektar, das sind halt wirklich, das sind halt schon kleine Bauern. Und ich bin einmal so da gesessen und habe gesagt, was? Ja, also das ist halt für sich gar nichts mehr. Ich meine, da geht es halt wirklich los um ich für Betriebe mit 10.000 Kühen ist drüben normal, oder händeln Bauern mit Millionen Hähnen rein. Es ist halt einfach unvorstellbar, diese Dimensionen und dann denke ich mir, ja, Wahnsinn und dann schauen wir auf unsere Betriebe, wie klein strukturiert wir sind. Aber ich glaube eben, und das ist genau unsere Chance, das ist das, was du wieder gesagt hast. Der andere macht Spielkarten, schaut sich so und denkt sich, Alter, ist das ein Scheißplattl. Und der andere schaut genau auf die gleichen und denkt sich, boah, da kann ich viel draus machen. Genau so ist es. Und das Leben ist ja nichts anderes als wie ein bisschen ein Spieljahr. Wir werden es alle verlieren, weil wir aussteigen müssen aus dem Spiel, irgendwann, wenn wir alt sind. Aber wichtig ist, ist, dass wir so lange wie möglich im Spiel bleiben. Genau. Das geht es, glaube ich. Wie ein Coach von mir einmal gesagt hat, das Spiel des Lebens kann man nicht gewinnen, man kann es nur spielen. Genau. Genau. Und viel wollen, das merke ich auch bei den Bauern, die wollen morgen schon gewinnen. Die sagen dann, oh, alles ist eine Chance und jetzt muss sich alles ändern. Morgen muss alles anders sein. Und ich sage, nein, du wirst Wirtschaft nie gewinnen. Wirtschaft wird niemand gewinnen, weil sie sich jeden Tag verändert, jeden Tag. Es geht einfach um das, was du sagst. dass du im Spiel bleibst. Genau. Dass du dabei bleibst. Und nicht einfach das Blatt wegschmeißt und sagst, ja, danke, das war es. Oder ständig danach dachtest, das zu gewinnen. Vielleicht gibt es ein paar Arzne, die sich irgendwann als Sieger bezeichnen. Aber dann geht das nächste Spiel schon wieder los. Genau so ist es, ja. Wir haben in Österreich eine sehr, sehr gute Landwirtschaft. Wir sind zwar klein strukturiert und wir dürfen sich auf jeden Fall nicht vergleichen mit anderen. in deinem Podcast, wie du erzählt hast, in Holland der größte Kaiberlbetrieb mit 5 Millionen Kühen, der mir das vom Sessel abgewichst. Entschuldigung, aber das ist ein Wahnsinn. Das ist in Europa und wir versuchen in Österreich, dass wir mit unserer klein strukturierten Landwirtschaft mit so einem Betrieb mithalten. Das geht sowieso nicht. Wir müssen sich über etwas anderes differenzieren. Und definieren. Ich glaube, unsere Konsumenten wollen das und wir als Landschaft leben dann ja wirklich alles, dass ich sage, dass die Konsumentinnen und Konsumenten erstens einmal auch wieder Qualität überhaupt erkennen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil was hilft mir das, wenn ich am besten Kass produziere, sagen wir, einen der Besten und keiner kann überhaupt noch mit dem Geschmack umgehen, kann überhaupt den Geschmack erkennen. Das ist wie ein Winzer. Da können wir das, Gott sei Dank. Wir haben schon viele Weinliebhaber und Weinkenner in Österreich und man kann halt einen Tetra-Pack-Wein von einer Flasche, was 50 Euro kostet, unterscheiden. Und ich glaube, genau um das geht es. Und wir haben halt in dem Tetra-Pack-Wein nichts verloren. Da werden wir nie sein. Das müssen wir einfach einmal akzeptieren, dass wir, und da bin ich ein bisschen mit dem Thema Selbstversorgung, das ist immer so dieses Gredo, wir müssen unser Volk selber ernähren. Ja, schon gern, aber die Masse werden wir, die können wir sowieso nicht zum günstigsten Preis produzieren. Mir ist lieber, auch jetzt mit der ganzen Krise, es kommt einmal der Bundeskanzler und sagt, du liebe Bauern, ganz ehrlich, aber wir brauchen einen Kürzer. Ja, was könnte uns Besseres passieren? Wenn die Gesellschaft sagt, wenn die Regierung sagt, wir brauchen einen Kürzer, dann sage ich auch gern, ja, pass, du, ich stelle mich zur Verfügung, gern produziere mir, aber ich will auch leben, ich will meine Familie, ich will meine Kinder ernähren können und wieso soll die schlechter leben wie jeder andere? Ich habe ja genauso, nur weil ich Bauer bin, bin ich ja nicht jetzt irgendeine unterer Schicht von einer Bevölkerung. Ja, das Denken muss mal völlig aufhören und da müssen wir uns aber selber positionieren, du kannst dich immer nur selber positionieren. Genau, so ist es. Unternehmen denkt auch nicht anders. Unternehmen, der kann nicht sagen, ich mache es jetzt nicht, ich traue mich nicht. und ein Unternehmen, die sagt auch, ich mache das Beste, was es gibt und deswegen mache ich auch ein Geschäft und baut sich eigene Zielgruppen auf und so müssen wir als einzelne Bauern und auch als Bauernschaft insgesamt auftreten. Und ich würde jetzt da gerne mal kurz ein Dankeschön aussprechen an den Verein, den du gegründet hast, einerseits für die Aufklärung seitens bei den Konsumenten, weil du machst da wertvolle Arbeit und stellst das Lebensmittel auch in das richtige Licht, das wir in Österreich produzieren. Und auf der anderen Seite auch Dankeschön für die Aufklärung, was du mit den Bauern machst, weil die Bauern sind auch aus der Struktur her einfach immer, wenn sich ein Mensch mit seinem Leben weniger auseinandersetzt, dann sind wir ein Gewohnheitstier und wir machen einfach jeden Tag nachher dasselbe, das ist Natur des Menschen. Und das kennt man ja viel bei Leuten, die in die Arbeit gehen genauso. Die gehen einfach jeden Tag in die Arbeit, dann gibt es wieder den Urlaub und am Ende vom Leben denken sie sich, naja, das ist aber eh schnell vergangen. Und wenn du jetzt Bauern eine Perspektive gibst, dann ist das auch insofern gut, weil sie sich die mit ihrem Tun beschäftigen und vielleicht auch proaktiver werden und dann auch ihr eigenes Tun dann besser beleuchten und wieder irgendeinen anderen Weg einschlagen. ist auf der einen Seite gut für die Gesundheit und auf der anderen Seite auch gut für die Landwirtschaft, die wir in die Zukunft bringen. Danke, Kevin. Erbt mich jetzt sehr. Großes Danke. Ich werde es auch an mein Team weitergeben beziehungsweise die Herren da nicht, die sind Podcast auch, aber danke. Ja, ich denke, das ist genau das, wo ich meine Rolle und auch für Landschaft leben sehe, dass wir auf der anderen Seite eben dieses Wertebewusstsein erzeigen in der Gesellschaft. Ich aber auch irgendwann draufgekommen bin, auch wir Bauern müssen uns dafür ändern, mit dem auch mitgehen, mir unseren Wert wieder erkennen, vielleicht von einem falschen Stolzweg hin zu einer Aufrichtigkeit, zu einer Verbindlichkeit. Und ich sehe da, und glaube mir das, Kevin, ich glaube wirklich an die österreichische Landwirtschaft, ich glaube auch an unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben es halt auch als Landwirtschaft verabschiedet, 30 Jahre zu kommunizieren, das haben wir nicht getan. Man hat den Lebensmittelhändlern die Werbung überlassen, hat aber nie erkannt, gerade auch im Freimarkt seit 1995 wir müssen kommunizieren. Ich tue Gutes und sprich darüber, heißt es auf Deutsch. Und das haben wir aber nie getan. Wir haben uns bemüht, Gutes zu tun, vielleicht auch mit ein paar Abwägen, aber wir haben nie wirklich sozusagen darüber geredet. Und das braucht es jetzt, und das dauert halt auch. Das wird eine Generation brauchen, so ehrlich wie man sei. Also das werden wir nicht so zack schaffen, das ist ein Generationenprojekt, was wir da machen. Und ich denke, ich habe Zeit, ich habe noch sehr viel, hoffentlich Lebenszeit vor mir, war es mir nicht sicher, weil es kommt schnell geht, aber ich habe jetzt nicht grundsätzlich was anderes vor in dem Leben. Also ich habe Zeit, ja, und wenn man den Schritt kontinuierlich und immer geht, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ich denke, in 30 Jahren haben wir vielleicht wirklich eine ganz hochwertige, bewusste Gesellschaft, die nicht irgendwas nur in seinen Körper reingestopft, sondern ich will sagen, hey, ich will gesund alt werden und möchte das Beste für meinen Körper haben. Sehr cool. Ich möchte selber auch 100 Jahre alt werden, das habe ich mir als Ziel gesetzt. Wer weiß, ob das eintreten wird, ist mir aber auch gleich, weil wenn ich nicht mehr da bin, kann ich nicht mehr jammern, dass ich es nicht erreicht habe. Aber das ist mein Ziel und ich werde alles dafür tun, dass ich so nahe wie möglich dort hinkomme. Und dazu braucht es auch, also ich finde eine vegane Ernährung grundsätzlich auch völlig okay und weil ein Veganer sich zwangsläufig auch beschäftigt mit der Nahrung, die in sie eine isst. Und wie du richtig gesagt hast oder wie du aufgezeigt hast, dass ein Mensch richtig viel an Kilo Lebensmittel pro Jahr verschlingt, das macht was mit uns. Und da ist es auf jeden Fall wert, dass man sich mit dem beschäftigt. Und ich glaube, dass die österreichische Landwirtschaft einen sehr guten Beitrag für gesunde Ernährung leisten kann und leistet. Und ja, dass man diese 52 Jahre gesunde Lebenserwartung irgendwie auf 70 oder 80 Jahre raufzubringen. Das ist ein schönes Ziel, was du hast. Also ich glaube, so wie du beieinander bist, wirst du 100. Da bin ich noch schon lange näher. Aber was ich mir einen Wunsch haben, Kevin, geht also wirklich dein Vega. Und ich hoffe, dass wir von dir Produkte dann kaufen können, dass du den Hof so für dich aufstößt mit deiner Freundin, dann irgendwann vielleicht Familie, dass ganz viele Leute von dir was haben können. Vielleicht einen guten Honig, ein gutes Gemüse, ein super Milchprodukt von dir. Und ich denke, du hast die besten Voraussetzungen. Du hast so ein Potenzial als Mensch. Ich würde dir voll gern was ankaufen. Ja, dankeschön. Ich sehe das als einen kleinen Auftrag und werde mir Bestes geben. Ja, von dem bin ich überzeugt. Ich darf Danke sagen, Kevin, dass du heute zu mir noch schlapp mitgekommen bist. Und ich hoffe auch, dass wir eigentlich viel dabei waren heute in dem Gespräch. Vor allem einmal zum Herrn und auch zum Sägen, wie heute unsere Jungen denken. Und ich glaube, der Kevin spricht dafür sehr viele. Wir haben motivierte junge Leute da auch, die was bereit sind, wieder sozusagen die Hilfe in die Zukunft zu bringen. Das brauchen wir. Und ich wünsche dir und deiner Freundin alles als Gute, auch, dass das daheim mit der Familie schafft. Mit dem Papa und mit der Mama. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass es einfach gemeinsam weitergeht. Und ich glaube, das brauchen wir halt in der Zeit. Und auch, bitte wirklich, sei ein Leichtpunkt in deiner Region für alle anderen. Ich höre dann auch wieder von Junge, die was sagen, das bringt eh alles nichts mehr. Die sollten einmal mit dir ein Bier trinken. Na gut. Was trinken wir bei Enkom? Ein Freistädter. Ein Freistädter natürlich. Ja, das ist ja cool. Beim Bier ist uns wirklich gelungen. Das ist total regional. Das ist, da kannst du ja einen ganzen Abend diskutieren, was für ein Bier jetzt besser ist. Genau um das geht es. Und das sollte uns überall gelingen. Genau. Und dass es uns nicht nur wurscht ist, wo es herkommt, sondern dass wir sagen, das ist es mir wert und zu dem stehe ich. Genau. Danke, Kevin. Ich sage dir herzlichen Dank. Und alles, alles Gute. Danke. 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 Vielen Dank.